Ich meine, das könnt... Kannst DU entscheiden! Ich weiß es nicht. Ich würde erst mal sagen, erst mal so ein Build-Up, dann kommt dat und dann kommt der wirkliche Drop, oder? Du kannst es aus Vocals pass rausstellen und mit Media auf Tast legen und dann eins für deine Parts abspielen wäre auswendig. Könnte aber cool sein, ja. Das Problem ist, da kommt nämlich jetzt das Problem, so weit habe ich auch schon gedacht. Ich kann es hier mal kurz demonstrieren. Speichere mal. Ich mache das ja, wenn, mit Armor, weil damit geht es wirklich am einfachsten. Kann ich mir jetzt vom Desktop... Halleluja, die A Cappella hier reinziehen. Das ist falsch, oder? Das ist falsch, ich bin doof. Ich sollte zuerst auf Build gehen. Nicht hier auf dieses Ding. Jetzt wandelt der, glaube ich, die Spur in Volumen um. Ist das so richtig? Mal sehen, wer will euch sehen. Oder einfach stutisch mit ab, weil das so viel für das Plaket ist. Scheiße. Ja, äh... Und? Sonst so alles okay? Im Leben? Ich habe mir da vorgespeichert, also ist kein Problem. Trotzdem nervt das. Ja, jetzt hat er die ganze Spur in Volumen umgewandelt. Na super. Kann ich das hier neu laden, bitte? So, auf Bild muss ich gehen. And nobody make me better. Let me happen. So, ich kann natürlich jetzt hier... Das Problem ist... Warte, ich grüße gleich. Das Problem ist, ist, dass die ganzen Stimmen, da werden Akkorde gesungen. Ein Ton wäre kein Problem. Aber Akkorde zu spielen, hoch und runter, da kann man nichts draus machen. Wenn die Akkorde singen, die singen ja Akkorde. Es würde sich immer schief anhören, weil die Akkorde singen. Hier hinten müsste es eine Stimme geben vom Mann. Der singt ja einzeln. Da könnte man halt, weil er einen Ton singt und ich Akkorde... ...sich eine gute Stelle raussuchen und daraus was machen. Aber wie gesagt, daraus kann ich nichts machen, weil da werden Akkorde gesungen. Alles hört sich furchtbar an. Äh, so. Ich soll LTG grüßen. Ich grüße es. Hallo. LTG. Aber ich könnte faken. Faken? Habe ich faken gesagt? Cheaten. Ähm. Lass mich mal kurz überlegen. Ich lösche mal kurz Hammer hier. So. Ich schließe mal kurz F-Studio. Wie es aussieht, ist es gerade wegen Hammer abgekackt. Das sind so die Plugins, die F-Studio nicht macht bei mir. Ich schließe mich mal kurz. Ich schließe mich mal kurz. Ich schließe mich mal kurz überlegen. 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 kommen. Ich wäre ja für Dubstep, aber bin ich nicht so gut und dann verkacke ich es und dann habe ich das ganze Projekt voller Müll. Ich glaube, ich werde um 22.30 Uhr aufhören. Ich mache heute nicht so lange. Wir sind ja schon fast drei Stunden. Äh, die fast drei Stunden sind drei Stunden schon gesiebt. Sing, hallelujah, sing. Ich lasse es doch so auf den Nerven superdeutsch. Sing, hallelujah, sing. Sing, hallelujah, sing it, sing it, sing it, hallelujah, sing it. dubstep drop wäre das was vielleicht so eine bassstimme die hallelujah sagt als drop doch ich weiß was du meinst das problem ist ja es müsste ja richtung trap dann gehen und bei so sachen verkacke ich halt meistens und dann ja lasst es erstmal so hier nochmal akkorde ab da ist schon zu viel ich glaube da sollen noch keine drums kommen oder ich mach mal so vielleicht nehme ich das als das könnte ich mach mal hier ein bisschen aufbau ein bisschen sound design in anführungszeichen das könnte ich mach mal hier ein bisschen aufbau ein bisschen sound design in anführungszeichen strichchen hier so geht dann zwei dingens kirchen würde ich sagen und ab da fängt dann hat er ist nicht übergang zu bolt ab und dann wird wieder drauf kommen dann kommt sie hier so bolt ab etwas längere ok es könnte passen drop lang ist es dort wie viel zwei minuten genau das könnte er hinhauen da kommt jedoch mal zweimal der drop so würde ich würde ich ungefähr aufbauen ok dann lass mal gucken hier der anfang ich werde ich lasse es erstmal kurz aus da fühlt die bass da fühlt da muss ich altern hören darum schneide ich ein bisschen höhen ab dieser geile effekt der dann kommt ist einfach der zeit chain und in das würde es gar nicht so geil rüber kommen und natürlich die geilen strings dann ja 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 oder das hier im dubstep drop ist irgendwie auch geil so ich muss mir das nochmal kurz an den anfang ja 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 ich möchte auch gerne Guten Abend. Willkommen. Nein, das Klavier ist zu viel, glaube ich. Wie wäre es damit ausfiltern? Würde das passen? Wie wäre es, wenn du die Vocals, wenn Drop 2-Takte mit dem Klavier an deinem Spiel lässt und dann die Vocals nochmal von vorne und der Dubstep-Drop, wenn es Dubstep werden wird? Also, ich weiß es nicht. Es wird schwierig. Also, wie verstehe ich das jetzt? Wie wäre es, wenn du die Vocals beim Drop 2-Takte mit dem Klavier anspielst? Meinst du sowas hier? Meinst du das hier mit den zwei Takten und mit dem... Moment. Meinst du das hier mit den Takten und mit dem Klavier alleine? Habe ich überhaupt ein Klavier drin? Ich habe nur das hier und... Oh, die Strings. Ein Klavier habe ich nicht, aber ein Klavier könnte ich hinmachen. Achso, mit dem Klavier meinst du das? Ich bin doof, Entschuldigung. Ganz normal, die Bowbits. Achso, achso, du meinst jetzt, ich bin ganz normal hier mit dem Klavier, und dann kommt der Drop. Okay. Meinst du das so? Ich glaube, du meinst es so, oder? So hatte ich es mir auch irgendwie vorgestellt, dass dazwischen noch eine Ruhephase kommt, wo man wirklich offen ist mit Klavier, mit Stimme, und danach kommt erst der Drop. Wenn ich einen guten Drop hinbekomme. Meine Drops sind immer scheiße, und wenn ich gute Drops habe, dann ist das nur Schillmusik. Dann lasse ich aber den Hall hier ausmachen, weil... Drop. Dann muss der Drop auch nicht so lang sein, oder? Ach, mal gucken, mal gucken, was sich da so ergibt. Hier noch ein anderes Piano. What the fuck? Was war das? Ich glaube, das Plugin ist ein bisschen kaputt. Nee, eigentlich meinte ich wirklich von 25 bis 27, aber so ist auch gut. Achso, hier, 25 bis... Na gut, na gut, von mir aus. No problemo. Und was wird hier so gelacht? Ich hoffe, ich kriege keine... Mensch, ich will quiekt. Ich hoffe, ich kriege keine, ähm, Copyright-Probleme. Aber ich glaube, das ist nicht die Original. Die ist nachgesungen. Die ist auf so einer Internetseite. Und es gibt eigentlich die Original-Akapelle nicht. Ich... No. Ich rede nicht. Schwedisch. Das ist doch 37 nicht... Oh. Toll. Wo ist die 27? Da sind uns... Achso. Achso. Jetzt verstehe ich. Nee, das ist nicht gut fürs Ohr, wenn dann das da mittendrin abgebrochen wird. Das muss schon ausgeklimmt werden. Das ist nicht schön. Mach ich doch lieber bis hierhin. Das passt besser. Oder bis hier. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil das wird nicht passen mit dem Schill-Lied. Weil das ist ja ein schnelles Lied. Das wird nicht passen. Ja, ja, sing Halleluja. Sing Halleluja. Halleluja. Jetzt ist natürlich die Frage. Passt denn ein Dubstep-Drop? Passt denn... Was passt denn überhaupt für ein Drop? Mach noch mehr... Was... Mach... Mach noch mehr zum Klavier. Okay. Ich habe überhaupt den Screen da zu machen. Momentchen. Ich muss noch kurz husten. Äh, äh. So. Was ist denn das? Musik aus... Hat es vorher gebracht. Ich habe Angst vor dem Drop, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich mal kurz improvisieren. Sing Halleluja. Sing Halleluja. Sing Halleluja.